guten tag und herzlich willkommen zu 122 folge von let's play um sie zweit omnibus simulat mit mir augen lödern rieser dieser folge ist mehr zurück auf der karte winzburg 2015 wir fahren mit den linie 103 die führen von vom sassmannshof nach winzburg hauptbahnhof fahrzeit ungefähr zwischen 10 bis 15 minuten unser fahrzeug ist der mercedes benz e citaro 2 bonus zweitürer in einem silber repaint der spät aus stuttgart wir fahren das auch direkt los und ich wünsche euch einen viel spaß bei der fahrt und gute unterhaltung ein Blockstraße Meine lieben Freunde, ich hoffe euch allen da draußen geht es soweit. Gut, wenn es euch gut geht, dann geht es mir auch gut. Und ja, ich bedanke mich bei euch schon für 71 Abonnenten und für fast 7900 Aufrufe. Also ihr seid echt der Wahnsinn, ihr seid echt eine klasse Community. Macht gerne fleißig weiter so. Woe to 100 Abonnenten. Hallo, junger Mann. Mein Ziel für dieses Jahr ist es, 100 Abonnenten zu erreichen, mit eurer Hilfe. Seliosstraße Kurz über den Bordstein gefahren. Vielleicht geht's euch noch. Weفسti Abonnenten 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 Schützenstraße. Okay, ich kommt einfach rein. Aber es geht. Mehrowinger Straße Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo die Dame. Konkordea Straße. Die Straße ist in der Nähe des Bösen. Die Straße ist in der Nähe des Bösen. Die Straße ist in der Nähe des Bösen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist der Kollege. Das ist der Kollege. Das ist der Kollege. Natürlich hat er alle Fahrt geklaut, der M3, Demi-Turbus-Linie 3. Das ist der Kollege. Das ist der Kollege. Das ist der Kollege. Das ist der Kollege. Ja? Das ist der Kollege. 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 Das are... Untertitelung des ZDF, 2020